da klingt doch hier moment y war zurück anhalten so auf der rechten seite gleich und ich kann halbwegs entfernung abschätzen ob jetzt mich auf mich allein gestellt aber es muss eigentlich genau hier sein hier wird sein schon ein bisschen früher aber wo war es knapp das ist taffer jetzt aber jetzt endlich oh gott war das schlimm hoffentlich ist auch mehr drin als nur 20 rubine oder sowas wahrscheinlich werde ich gleich alle schrott lachen denn da sind 20 rubine und sowas nein 50 rubine geil naja besser als nächstes aber für den aufwand oh gott na gut ich habe mir ein bisschen nämlich angestellt so ich werde was anderes brauchen und ich bin nicht hierher gekommen um gleich das sie zu lernen denn ich will diese aufnahmen auf jeden fall noch es schaffen dieses andere item zu bekommen ihr wisst schon dieses item jener womit waren hier waren wir auch schon mal haben wir eigentlich nicht den fisch gefüttert schade ja dieses item halt ne also mal gucken so und ich weiß nicht was ich weiß wirklich nicht was für ein item ist aber man muss ich kann mir gut was vorstellen denn nummer eins es gibt luftdruck und wenn luft ein weg dort ist es meistens so dass man eisenstiefel kriegt also denke ich an eisenstiefel vielleicht gibt es auch ein luftstopper super geil luftfächer aber keine ahnung zu viel insel besser gesagt luft insel gibt es so ja würde ich gerne fünf region nach süden und eine region nach osten und du kommst dann fünnberg ja ok es sind eisenstiefel hab ich habe sie schon vermisst ernsthaft fünf region süden und eine region nach osten ok da müssen wir uns die position merken 1 2 3 4 5 und da ist tantopia von daher ein links von tantopia also nein falsch nein ich habe noch gedrückt so so geht das wer ist die beste wer ist die beste ich mein bester mann oder war überhaupt nicht arrogant dann topia ab nacht an topia die piraten müssen sich denken was zur hölle mit denen legen wir sich an der wir können wir die wirbelstunde kontrollieren aber trotzdem leben sie sich legen sie sich mit uns an interessant die richtung nein da nicht da waren wir schon mal drin und da kann ich mich vor allen dingen an 1 erinnern ranken 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 so die richtung wie gesagt westen ein weiter westen von tantopia ok z drücken nein nicht z y und los geht's so kann man doch ein bisschen schneller werden ich glaube es geht wirklich nur ok es ist fast ein neubond anscheinend also finde ich nur ein bisschen vom linken mod dafür jetzt fast alles da hinten ist es wir nehmen schon mal die feile mit raus denn man braucht für wirklich beide sachen die elementaren feile ja von diesem kleiner von diesen kleinen fingern die mal ein bisschen namen kennt diese videos mit den geist fahrstuhl oder so was also ich würde da ausrasten gut das sieht geil aus also die andere insel war nix gegen das hier alter das schatz das schatz schweiz drauf hoch so wiener interessierlich z brauche ich aber erst mal nicht weil da ist ein fisch und der schwimmt rum und den wohnungen zu bestehen bringen wir würden wahrscheinlich nur sagen hey irgendwann wurde feuerfeite kriegst richtig da hinten ja das wissen aber schon so plopp und schwimmen da rum es für mich war und heiße ich habe aber egal ja ich war so einfach nur zur vollständigkeit halber weil ich will wirklich dass meine sehkarte fast 100 prozentig vorstelle ich würde wenn nicht sogar 100 prozentig vollständig und da könnte noch was dauern oder vielleicht noch nicht ich weiß es nicht je nachdem ja nur das gesagt was ich auch wirklich erwartet habe feuerfeile haben sieben versuche los geht's um ich korrigiere sechs versuche aha und das sieht natürlich sehr einladend aus ja ok akzeptiert 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 also moment ich kann einfach aussteigen so geht das und komm schmerz mir irgendwas egal keine lust jetzt irgendwie das so zu machen was eine kiste immer auf so und jetzt ist da drin die sagen das schatz wahrscheinlich das nicht in einer sehr großen truhe aber wenn die schatzkarte an damit drücken ja da geht schneller blablabla ja tab ist meine turbo-taste mhm und nicht die turbo-taste die ihr denkt so turbo klicken das wäre ein bisschen treten vor allem in 2d-shootern aber wo ist denn der eingang mein größtes problem ist ja immer finde den eingang danach geht alles eigentlich ganz flott und glatt so anstatt da hoch zu gehen nein wir kraxeln da hoch äh link moment wo sind wir hier link ähm ich verstehe dich ja aber was zur hölle die sounds das hört sich wie ein hühnchen an oh Gott hühnchen link bit overpowered ok jetzt darüber oder was wir versuchen es einfach mal ich verstehe ich hab ich versichere euch ich hab keine ahnung wo ich lang muss ok da kann ich springen interessant wenn ich also überhaupt darüber keimen würde dann wäre es schon mal von vorteil hey kann das springen und dahinten nicht oder was macht keinen Sinn keinen gesteigerten wow 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 ähm so soll man nicht darauf wie wärs mit einfach so schwimmen warum treibt die so komisch soll wahrscheinlich so aber von wo soll ich denn bitte schon kommen wak 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 ich sehe schon das erste mal hier werde ich nicht so schnell reinkommen weil ich den eingang nicht finde ja ist natürlich auch nett wie zur helle könnt ihr mich sehen wenn ich im wasser hier schwimme hinter einer eiswand oder die machen ja nur schlussproben so da hoch ist es ein portemonnaie ne portemonnaie bestimmt nicht so hier lang okay wusste ich gar nicht dass hier noch geht aber es scheint sehr plausibel zu sein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein mein geschicklicher modifikator geht gerade runter runter auf 0,99001 ne weshalb wieso warum ich sehe schon ich werde diese versuche aufbrauchen und zwar alle aus namens los so du musst da hoch so da lang gut da hoch okay so nein 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 ich es ist scheiße hier überhaupt zu laufen oh gott es ist so beschissen und da drin ist dann noch ein rätsel und ich schaffe es auf jeden fall nicht ich habe den eingang gefunden das ist schon mal was ganz dort ist für mich ja hilfe ach nö danke nein nicht so ein teil jeder hoch ich muss wissen noch ein bisschen angucken nein du wie sie es nicht die fledermaus an die fledermaus interessiert ich ein scheißdreck dann würde ich vielleicht nicht aber mich ja ernsthaft erster versuch geschafft auch was knapp eisenstiefel ist die zeit aber großzügig bemessen die sind so schwer dass jedes schritt zur quali wird aber trotzdem selbst der steckst nach karenböe ok net jeder schritt zur quali eisenstiefel damit fehlen es nur noch sehr wenig items wie viel überhaupt mädchen 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 startrücken ein item da und ein item da ein fernkampf item am besten und ein item hier hier denke ich an den greifhaken und hier an den wie heißt es eigentlich das ist der greifhaken wenn ich das in den ente haken oder sowas weil es muss ja noch einen normalen enttag geben bitteschön was gibt es das noch für items die es so alles in zelda spielen gegeben hat was ist das hier bin ich rein ohja leute die nicht erkunden wollen die hätten das nie gefunden aber leute die er konnten wollen wo bin ich hier heiß goblines woblin das wollte ich jetzt nicht meinst mich hier draußen egal oh je ich hab's bekommen oh gott war das knapp und das bei diesen wundervoll bemessenen zeit limit also wirklich mehr zeit können mich geben also da waren die entwickler wirklich mal sehr gnädig mit mir woopsa die ziel aber recht gut und moment lol hier rutscht man nicht ab dann he 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 okay auch wenn eisen eigentlich gar nicht mehr so schwer sein dürfte aber man könnte mal in es gibt ja diese show game theory die können einfach mal ausmessen wie schwer sind die schuhe eigentlich und kann es wirklich so sein das muss man einfach nur also kann es wirklich so sein ist ganz einfach auszurechnen mit der dichte und dann immer geschätzten größe von link speichern weil ich jetzt nicht ausmachen werde was schwer sein wird ist wie schwer die nun wirklich sind weil man muss irgendwie ein gegensatz finden möchte zum spiel fortsetzen ja später aber heute nicht und ich würde einfach mal sagen tschüss bis zum nächsten mal